Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es um die Einrichtung des Reventix-Telefonanschlusses in der TipTel 8010-TK-Anlage. Die Konfiguration ist natürlich auch für andere TipTel-Anlagen der 8000er-Reihe geeignet. Zuerst müssen wir uns hierbei in dem Kundencenter des Reventix-Anschlusses einloggen. Das passiert ganz normal mit unseren Kundendaten. Dann als nächstes gehen wir in den Bereich VoIP-Telefonanschluss. Hier gehen wir dann in den Bereich Anschlüsse und dann gehen wir hier unten in den Bereich Anschluss und bearbeiten diesen hier einfach mit dem Stift. Hier haben wir dann erstmal Namen des Anschlusses und so weiter. In dem Fall interessieren uns zwei Themen. Einmal möchte ich ganz kurz auf das Thema Codec-Limitierungen zu sprechen kommen. Hier ist es bei dem Reventix-Anschluss möglich, die Codec-Konfiguration festzulegen. Das heißt, dass man sagt, okay, ich möchte, dass die Telefonie immer zum Beispiel mit G711-ALOR läuft. Dann kann man das hier festkonfigurieren und dann findet die gesamte Telefonie-Konfiguration mit diesem Codec statt. Das geht natürlich hier, wie gezeigt, auch mit anderen Codecs. In dem Fall lassen wir das Ganze auf keine. Das heißt, dass der Codec dann während dem Aufbau des Gesprächs ausgehandelt wird. Außerdem gegebenenfalls wichtig ist die abgehende Rufnummer. Hier kann man diese dann festlegen. Das heißt, dass alle Calls, die hier abgehend über den Anschluss rausgehen, eine bestimmte Rufnummer abgehend anzeigen. Außerdem gibt es noch die Funktion Clear. Das heißt, das kann man einmal natürlich über die TK-Anlage steuern oder hier direkt über den Anschluss. Clip-No-Screening kann dann, sofern das gebucht ist, auch noch aktiviert werden. Und hier gibt es dann noch den Punkt Spezial-Sip-Header für Rufnummern-Übermittlung. Dieser lässt sich anpassen. Das heißt, hier kann man wirklich den Sip-Header anpassen. Für die TIP-TEL-TK-Anlage benötigen wir hier einfach den Punkt P-Called-Party-ID. Geben wir diesen ein, dann haben wir schon alles getan, was wir hier machen müssen. Im Anschluss gehen wir hier unten dann auf Speichern und damit werden die Einstellungen übernommen. Mehr muss man hier direkt im Kundencenter des Reventix-Anschlusses nicht machen. Das heißt, jetzt wechseln wir in die Konfigurations-Oberfläche der TIP-TEL 8010-TK-Anlage. Hier loggen wir uns dann als erstes ein und zwar mit einem User, der Administratorenrechte besitzt. Dann gehen wir hier oben in den Bereich Routing und hier gehen wir dann auf Neues Gateway hinzufügen. Dadurch richten wir ein weiteres Gateway, also einen weiteren Anschluss ein. Als Provider stehen hier verschiedene Profile bereit, in diesem Fall auch der Reventix Zip-Base-Zip-Trunk. Diesen wählen wir dann einfach aus und damit haben wir die gesamten Experten-Einstellungen schon passend angepasst. Das heißt, hier können wir den Anschluss wirklich sehr einfach einrichten. Wir müssen dann hier noch den Namen eingeben, den können wir beliebig wählen. Ich nenne den jetzt einfach mal hier Reventix und dann haben wir als nächstes den Benutzernamen. Und dann kommt noch das zugehörige Passwort. Danach müssen wir hier unten noch die Rufnummer vollständig eingeben. Das heißt, wir beginnen hier einmal mit der internationalen Vorwahl. Das ist natürlich dann in dem Fall 0049 für Deutschland. Dann kommt die Ortsvorwahl des Anschlusses. Im Anschluss kommt dann die Kopfnummer des Anschlusses. Und danach kommt der Durchwahlbereich. Hier ist jetzt Folgendes wichtig. Haben wir natürlich vielleicht nur eine einzelne MSN, die wir konfigurieren möchten, dann geben wir hier den letzten Teil der MSN einfach ein, zum Beispiel 24. Das heißt, hier wäre die MSN dann 1785324. Haben wir natürlich einen Block, also sprich mit einem größeren Rufnummernbereich. Dann geben wir hier ganz normal den Blockbereich ein. Haben wir mehrere MSNs, können wir die wahlweise einzeln konfigurieren. Das heißt, dass wir diese Gateways mehrmals anlegen. Alternativ kann man aber auch, sofern diese Rufnummern zum Beispiel fortlaufend sind, auch wenn jetzt einzelne Rufnummern übersprungen werden, das wäre jetzt kein Problem. Aber wenn jetzt hier wirklich zum Beispiel nur die letzten zwei Ziffern unterschiedlich sind, dann kann man auch zum Beispiel eine geringe Anzahl an MSNs einfach als Block einrichten. Muss natürlich dann darauf achten, dass diese Durchwahlen in der TK-Anlage existieren, kann man aber auch über das Call-Routing regeln. Also hier gibt es dann, wie gesagt, verfiedene Möglichkeiten. Ich richte das jetzt ganz einfach hier ein als Block. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Clip-No-Screening zu aktivieren. Muss natürlich dann auf dem Anschluss gebucht sein und natürlich im Kundencenter aktiviert worden sein. Dann können wir noch, wenn wir möchten, eine Amtsholung verwenden. Das heißt, dass wir dann noch eine bestimmte Amtskennziffer vorwählen müssen, bevor wir dann die eigentliche Rufnummer eingeben. In dem Fall lasse ich die Amtsholung zum Beispiel mal deaktiv. Dann speichern wir das Ganze und sofort registriert sich hier unten der Reventix-Anschluss. Also das Ganze funktioniert dann einwandfrei. Jetzt müssen wir uns natürlich noch das Thema Routing angucken. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal in das ausgehende Routing. Hier können wir dann einen neuen Eintrag anfertigen, hier zum Beispiel mit folgender Funktion. Dann wird die Durchwahl beachtet, das heißt also die Nebenstellenrufnummer, die eine Nebenstelle hat, wird dann als Durchwahl ganz normal abgehend verwendet. Im Bereich Muster vergeben wir dann Stern für alles. Dann wählen wir hier noch das Gateway aus, das ist in dem Fall der Reventix-Anschluss. Und dann können wir das Ganze noch beliebig positionieren, je nachdem, wie wir das Call-Routing insgesamt einrichten. Gehen dann auf Speichern und damit ist die ausgehende Telefonie schon mal erfolgreich eingerichtet. Als nächstes schauen wir uns dann das eingehende Routing an, das heißt wir gehen hier auf Routing eingehend und wählen dann hier oben bei Gateways den Reventix-Anschluss aus und können dann hier das Routing konfigurieren. Hier ist das jetzt folgendermaßen konfiguriert, wird die 24 als Durchwahl gewählt, dann geht das Ganze sofort auf den zentralen Abwurfplatz im System, wird dann eine andere Durchwahl, wird zum Beispiel die 25 gewählt, dann geht das auf die Nebenstelle 25. Und alle anderen Durchwahlen vom Anschluss, die hier zum Beispiel nicht als Nebenstelle existieren, werden dann hier mit Stern abgegriffen und dann wieder auf den zentralen Abwurfplatz geleitet. Zusätzlich kann man natürlich viele weitere Einträge machen, wie zum Beispiel folgendes, vielleicht nochmal ganz interessant. Wenn man Telos UG nutzt, dann könnte man hier zum Beispiel noch Muster Alles, dann ein Score von zum Beispiel 6 eingeben, also dann wird der Score von 6, 7, 8, 9 für diese Funktion verwendet. Und dann als Ziel hier zum Beispiel das Sprachmenü Telos UG, das ich erstellt habe und das Ganze dann als obersten Eintrag in dem Call Routing. Jetzt würde zum Beispiel folgendes passieren, ich rufe hier an und meine Rufnummer ist als unseriös gekennzeichnet, dann wird hier diese Ansage abgespielt, die ich hier hinterlegt habe und der Anruf wird damit beendet. Alle Rufe, die nicht dieser Score, also 6, 7, 8, 9 entsprechen, werden dann hier ganz normal über die weiteren Punkte bedient. Mit Speichern wird das Call Routing dann hier entsprechend eingerichtet und damit ist das Ganze schon fertig. Mehr muss man hier nicht machen, damit ist der Reventex-Anschluss hier vollständig nutzbar. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.